was wollen sie nun stellt ihr euch jetzt hierhin und markiert das das kann nicht wo mein warte mal hier gab es noch einen übergang wissen wir haben eigentlich nur ein das andere übergang genau also holz brauche ich ja nicht mehr wirklich die frage ob ich hierüber gehe und eine basis ist und ob ich dass man hier übergehe wo es nicht so nach festungen aussieht wo habe ich noch ein katapult habe ich überhaupt noch eins oder ist mir das schon kaputt gemacht worden kaputt habe ich schon zappel ich meine ich natürlich jetzt hier unten was da ist ich schicke jetzt immer oben noch irgendwelche units sind die mich irgendwie nachher ganz blöde ficken können ich glaube aber da haben wir nichts mehr ich weiß mal da unten dass wir auch noch ein übergang jetzt gerade richtig sehen wie bitte aber sicher bewegt dich das hierhin aber sicher ich glaube da ist noch ein übergang tatsächlich immer noch sitzen sind immer die ganzen anderen per uns doch mal aber ich noch per uns nichts tun wir sind so weit meister wir sind so weit meister das ist aber kein peon das ist einer aber ich habe keine peons mehr die gold sammeln außer zwei was irgendwie nicht richtig ist wie sind wir die alle gekillt unfassbar okay weiß ich bescheid ja meister okay kommt fertig hier muss gold haben mal schnell so geschminkert hochschrauben hoffen dass das jetzt nicht fertig wird ich habe ein bisschen ein paar peons wieder bauen die gold sammeln sollen schauen wir was hier unten ist okay da haben wir noch gold 25.000 sogar okay geil also als nächstes wenn wir hier unten hingehen kriege ich hier aber ein haupthaus hingebaut wird schwierig vom platz her muss ich vielleicht damit den verstörern bisschen das holz weg bom 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 da haben wir noch eine goldmine mit 82.000 okay aber okay okay das ist die basis und alles klar ich brauche jetzt noch einen wir wissen wir nicht noch mehr umgucken so bauen wir ein paar tanks ein paar kernkämpfer wir müssen mehr gold abbauen ja ich glaube dann werde ich mir jetzt mal diese goldmine unter den nagel reißen und die hoff das hier noch eine ist vielleicht wir sind so weit meister todesritter brauche ich nicht wirklich gesagt halten ja viel zu wenig aus viel zu teuer und die untote wiederbeleben ist halt geil wenn die toten und unten leben auch ewig die unten die sterben auch nicht nach einer zeit oder so wir sind so weit meister sicher wird gemacht dann gucken wir uns mal um was hier ist fertig zur arbeit schützen wir treffen uns an türme alles klar noch ein turm oh mein gott noch mal bogen schützen hier umgucken nicht sterben wo ist das gebäude das ich zerstören muss die türme schieben tot ist auf jeden fall da in der ecke alles klar wir haben sonst keine mine mehr wir haben nur noch die da unten das heißt ich muss mit dem gold was ich jetzt mehr oder weniger habe auskommen ok ich wüsste jetzt nicht wie ich da ein haupthaus hinbauen soll weil da ist ja gar kein platz dafür oder da wollen wir mal gucken aber da das ist ja richtig da würde er eins anbauen echt kein träg nehmen mit dem holz wir sind so weit meister ok pass auf weiß nicht ob hier jugend waren da muss ich angreifen ich guck mal ansonsten stelle ich mich jetzt hier hin blockiere da den Übergang probieren okay okay ich möchte noch mehr einhalten die netteinsel muss frei sein bevor ich mich hier hinsetze alles klar gut darunter holz brauche ich nicht weg und dann wollen wir da unten haupthaus sind aber noch ein bisschen mehr gold das wollte ich nicht dass das passiert aber ich glaube technologisch der turm macht nicht platt das war auch nicht die idee dass wir da jetzt den turm angreifen oder sowas schicken wir noch ein paar mehr units hier unten hin das wird mich die nächste front dann gehst du jetzt mal nach hier weil die schicken wir nach unten bauen und dann baust du da unten was hin geht das auch das holz hier noch loswerden weil das wird mich in den weg stehen nachher was soll denn ich will aber was macht dieser tutung immer ich gleich durch das platte drei türme da müssen wir irgendwie hier durch noch bei uns platten dann sind hier noch für uns gewesen die wir platt machen müssen hui der wird teuer dann wird wirklich teuer wir sind soweit meister bin bereit ich nicht noch am peron dahin geschickt wo ist denn der jetzt ach den wollte ich schicken ja der fällt immer noch holz das war jetzt nicht so intelligent da ist das holz du gehst jetzt hier unten hin du gehst jetzt hier unten hin du gehst jetzt hier unten hin tjo wollen wir versuchen das hier kaputt zu machen das hier dann das hier da komm ich aber noch nicht rein das heißt wir stellen uns dann erstmal hier hin und kommen dann mit den units hier oben hin und machen da alles hier platt und dann kommen mit den units und machen das hier alles platt und dann kommen mit den units und machen das hier alles platt aber ich brauche mehr units jetzt mal ja 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 Was wollen sie nun? In Ordnung! Glocken da drüben! So, nehmen wir erstmal das Holz da weg, damit hier Platz ist. Damit die Löwen nicht immer herumlaufen, wenn sie das Gold sammeln. Das wäre nämlich sau doof. Geldgold haben wir da nämlich nicht mehr. Was wir da kriegen würden. Ja... Natürlich, Meister. Was macht der eigentlich, wenn man den Mehrmals anklickt? Ja... Fast nicht kurz. Fast nicht kurz. Worauf wartest du noch? Pass mich nicht an. Wenn ich fertig bin, bist du dran. Fast nicht kurz. Ja... 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 Es war schon. Ja... Worauf wartest du noch? Pass mich nicht an. Okay. Es war schon. Alles klar. Ja... Ihr Befehl, Meister. Ihr Befehl, Meister. Ihr Befehl, Meister. Dann bilden wir die aber noch aus, dass die auch wirklich maximalen Schaden machen. Das wird teuer. Ja... Aber wir machen's. Und dann... Gehen wir jetzt in die Offensive. Die beiden brauche ich nicht mehr. Der kann hier runter eigentlich nicht. Ja... Und dann läuft's. Ja... Eigentlich sollte ich wieder die Lücke frei machen. Ja... Hat dann schon. So... Wir sind so weit, Meister. Warten! 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 Du bist der Bosch! Du bist der Bosch! Du bist der Bosch! Also wir haben abarschig viel Holz. Wir brauchen eigentlich kein Holz mehr. Hier brauchen wir nicht mal auf Holz schicken. Die können wir jetzt auf das Gold schicken. Wir sind so weit, Meister! Warten! 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 Okay! Was macht ihr denn? Ach du heiliger! Wegfindung aus der Hölle! Dass wir da waren sind! Natürlich, Meister! Da sind Bäume im Weg. Ich hab den Weg nicht gefunden. Sorry! Bäm 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 bäm... Moment, da haben sich tatsächlich ja durchgepolzt mittlerweile. Ja, Meister! Nein! Okay, probier mal's! Tim! Weichert! Garten! Jaaa, gut gemacht! Alle Gretabunde waren ein gut Damage auf dem Gebäude, auf jeden Fall. Das lohnt sich schon. Machen wir erstmal so. So. Und so. Okay, wunderbar. What? Der ist einfach geplatzt! What the fuck? Was war das denn? Ein Roger! Was war das denn für ein Zauber? Einfach gefickt! What? Sie leiten uns an! Okay! Uncool! Wie bitte? Wird gemacht! Wird gemacht! Wird gemacht! Aber sicher! Aber sicher! Jaa... Aber sicher! Jaa... Aber sicher! Wird gemacht! Wird gemacht! Geh ich hier aber noch gar nicht rein, ehrlich gesagt! Wird gemacht! Jaa... ja zurück 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 ich will dich nur locken dann will ich bang das war nicht cool so Gold sammeln ähm ja wir haben hier das Gold jetzt auch nicht mehr alles klar ja kein Problem brauch keiner Kulte die Gebäude auf jeden Fall Apropos wieso belebe ich keine Toten wieder ich bin aber auch dumm äh hätte ich machen sollen da muss ich mal dran denken dass ich da auch Tote wiederbeleben kann äh dass ich ein paar Skelette mehr bekomme und ein paar Units mehr habe fuck das war nicht gut ich mach erst trotzdem wir haben noch genug Gold das können wir wieder hin dann gehe ich mit den Katapulten erstmal hier oben die Dinger kaputt machen glaube ich ja das erste was ich jetzt noch mache alles kaputt machen aha dann müssen wir irgendwie da rein noch nicht bin bereit was nicht eine Katapulte ich brauche Katapulte ihr Befehl befeilste Meister was wollen sie denn und dann brauchen wir noch ein paar brauchen wir denn noch dann brauchen wir noch ein paar da war eigentlich genug von allem naja dann haben wir genug ich glaube wie schnell die sterben jetzt hier haha also das kriegen wir hin wenn die nicht mehr was machen können noch ein bisschen wenig Oger oh viele sind auch angeschlagen vielleicht brauchen wir noch ein paar Oger dann tatsächlich zwei drei Oger aber warum nicht und ich hätte wieder wieder leben können obwohl nein ich hab ja mein Toastrader noch gar nicht hier der kommt noch vielleicht auch nicht oh ist denn jetzt der Toastrader den ich vorhin hatte der muss doch irgendwo hingelaufen sein alles hier ok Wo hab ich nicht auch einen hier hingeschickt? Strange. Ihr Befehl, 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 Befehl! Vielleicht auch nicht. So. Doch, er ist hier hängen geblieben. Ach, Leute. Ja, ihr fehlt den Weg nicht. Ich fliege euch jetzt dann direkt nochmal da hin. Ach, ist das lächerlich. Wegfüllung ist ja nicht so gut in dem Spiel. Die war in Warcraft 1 tatsächlich besser. Ah. Wir sind so weit, Meister. Ja, aber sicher. Fuck, mein Gold ist fertig. Also, ich muss jetzt da durch. Ah, ja, okay. Wir probieren es mal. Aber die Geschwindigkeit ist ein bisschen langsamer. Und dann gucken wir mal, ob wir es denn kriegen. Ja, Meister. Ja? Was geht denn hier? Das ist gross. Natürlich. Ja, aber sicher. Ja, aber sicher. Ja, Meister. Ja, mehr, 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 mehr. Was ist denn in Ordnung? Okay. Aber sicher. Was wollen wir nun? Ja, aber sonst was! Sie greifen uns an! Nein, nicht die eigenen Einheiten eingreifen! Ah, bei den Katapulten muss ich recht aufpassen. Was ist das denn? Was ist kurz? Aber gerne mehr! Was wollen Sie nun? Ja, aber sonst was! Was ist kurz? Aber gerne! Sie greifen uns an! Aber sicher! Jetzt machen wir deine eigene Einheit gekillt! Ey, gib doch nicht da dran, Mann! Was wollen wir dann? Aber sicher! Wird gemacht! 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 Ja... Was machen wir dann? Was machen wir dann? Was haben wir dann? Wir sind sie real! Wir sind so weit! Ja, wir sind sie real! einfach verliere, ey. Das ist der Wahnsinn. Die sterben einfach. Noch mal noch mehr? Na gut. Immer ein paar Skelette mehr. Die jetzt nicht so sehr viel aushalten, aber hey. Nachen wir das? Nachen wir das? Wunderbar. Wunderbar. Tönen ins. Wird gemacht, aber sicher, aber sicher, aber sicher, aber sicher. Dann haben wir hier nichts mehr. Sehr gut, haben wir das alles ausgeröscht. Wunderbar. Aber ob hier auch alles weg ist? Glaub aber ja. Aber sicher, aber sicher. Und da kommen wir ja. Jetzt hier nichts mehr. Jetzt bin ich nur noch vorsichtig da unten runter. Was wollen Sie nun? In Ordnung. Sie rachen uns an. Was? Wo denn? Der Einsatz jetzt? Egal, der macht ja platt. Also man hätte die Erkundung auch übernehmen können. Okay. Okay, da kommt was. Achtung. Wie bitte, Herr Meister? Die kommen. Die kommen. Die kommen. Ich bin wieder nach oben, nach oben, nach oben. Ich bin wieder nach oben. Der Polte da drauf. Der macht noch die Magier kaputt. Und die alles in Schafe verwandeln. Alter, wie krass die Magier die alles in Schafe verwandeln, ey. Oder hier in dem Fall halt ein Robben. Ja, wird gemacht. Ja, wird gemacht. Speichern. Okay. Okay. Mach oben mal den Hof kaputt. Okay. Okay. Tadabaa Eins nach dem Anand kaputt macht nur einfach Auf jeden drauf Ich kann natürlich die Geschwindigkeit auch wieder hochschrauben Ob das alles ein bisschen schneller geht, weil das geht doch ein bisschen langsam alles Ich muss nur aufpassen, dass ich dann sofort reagiere, wenn davon mal einen Counterangriff macht Da passiert aber nichts Der Magier rennt da nur hin und stirbt Na gut Ah Easy Einfach als ich dachte tatsächlich Wird gemacht Das wäre ja nur überhaupt nicht welches Gebäude das ist, das ich zerstören soll Das ist aber wahrscheinlich Das ist halt ein Schloss Ich nehme es doch mal an, dass es das ist Ich nehme es doch mal an, dass es das ist Tadabaa Weil so viel hat der jetzt nicht mehr Wo ist der jetzt? Wo ist der? Wo ist der? Ah, der Paladin da, ne? Ja, ja, ja Okay Was soll ich tun? Okay? Die Leiden muss ja So, alles zerstört hier Er hat nichts mehr Ja Haben gewonnen Oder auch nicht Müssen wir alles zerstören? Hier ist ja nichts mehr jetzt Müsste gewonnen haben Ich glaube ich irgendwo was übersehen Vielleicht Hat sich neu aufgebaut eventuell Genü Szenario Zielvorgabe Die Fassung der Elfen zerstören Wir haben keine Festung mehr? Alles platt? Ja, sicher, weiß, da wird gemacht. Aber sicher wird gemacht. Ähm, hallo? Optionen, Voreinstellungen, Nebel, ich kriege es mal aus. Ach, das ist noch da. Ja, okay. Aber das würde das ja dann nicht die Festung zerstören. Komisch. Also, wenn es so das ist, wäre es seltsam. Aber mal gucken. Das ist jetzt auch kein Cheaten. Das ist ja eine ganz normale Option. Das ist einfach nur nervig, bei so einer Mission dann einfach die ganze Map nochmal abzusuchen, ne? Wo ist denn jetzt genau was? Ja, das war doch hier. Blöd. Aber das ist hier. So, jetzt ist nix gegnerisches mehr da. Jetzt müssen wir aber gewonnen haben. Ja, Glückwunsch, wir sind siegreich. Speichern! Dankeschön! Hm.